Ja, das passt ja eigentlich nicht zu meinem Kanal, aber ich habe gerade so ein FIFA-Spiel gespielt, einfach so. Es waren gute Teams, sind in einer Liga, außer einem Team, außer der deutschen 3. Liga namens 68, wo ich nur ein bisschen die Spiele verbessert habe, aber nicht so hart. Eigentlich nur, das ist das Beste. Und der Toyota, sonst eigentlich nichts. Ich habe es geschafft. Vier Schiss aufs Tor. Vier drinne. Wow. Das ist nicht wahr. Ja, dazu sage ich mal nichts.